Ja, es ist schon richtig frisch draußen überhaupt, wenn man gleich in der Früh rausgehen muss in die Arbeit oder mit dem Hund spazieren, dann unbedingt mit einer dicken Winterjacken, aber dann hat man nur mehr so Temperaturen von circa 3 Grad. Die steigen leicht bis zu 13 Grad, dann sind die Höchsttageswerte in den nächsten Tagen in Österreich, denn es wird dann auch ziemlich frisch werden. Ein typisches Herbstwetter, beziehungsweise jetzt schauen wir ja schon Richtung Winter und auch zu Allerheiligen müssen sie, wenn sie auf den Friedhof gehen, unbedingt sich sehr warm anziehen. Auch da bekommen wir nur mehr Tageshöchstwerte bis zu circa 10 Grad. Es wird dann auch sehr frisch Richtung Steiermark und auch im Mostviertel und Donaukanal. Da blicken sich aber dann wieder ein paar Sonnenstunden, gehen sich dann aus und da wird es dann aber dann am Abend wieder etwas frischer werden. Es kann auch sein in manchen Regionen in Österreich, dass es auch regnen wird und da wird es dann auch schon etwas wieder glatt werden auf der Straße, also unbedingt auch vorsichtig fahren mit dem Auto. In den nächsten Tagen, da wird es zwar auch am Allerseelentag etwas schöner werden, da blickt auch die Sonne wieder hervor, aber auch von den Temperaturen her kann man sich nicht viel erwarten. Auch da haben wir Tageshöchsttemperaturen mit bis zu maximal 15 Grad. Also Richtung Winter, da muss man natürlich mit einigen rechnen, aber wie gesagt, es ist trotzdem eine herrliche Luft draußen, also rausgehen und sich nicht abschrecken lassen und an einem Sonntag einfach da mit einem Kakaoten vor dem Fernseher legen. Es ist ja auch nicht schlecht.